Ja? Hä, willst du mich grad verarschen? Bist du mich grad verarschen? Ich find's irgendwie groß, dass sich einer schickt, mir seine Nummer und schreibt, hier, ich möchte mit dir reden, weil du so schön bist. Irgendwie, I don't want to call. Hello und herzlich willkommen auf meinem Kanal und frohe Weihnachten! Der 24. Dezember, ich habe es jetzt durchgezogen, ich habe fast jeden Tag außer ein, jeden Tag ein Video hochgeladen. Das war mein Adventskalender für euch. Feiert ihr Weihnachten? Wenn nein, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr traurig darüber seid. Und wenn ja, dann schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr an Weihnachten liebt, weil das würde mich, oder ob ihr es liebt, oder ob es euch egal ist. Genau, das wollte ich wissen. Weil meine Eltern zum Beispiel, die sind so, muss nicht sein, also wenn wir zum Beispiel keinen Bock hätten zu kommen, dann wären die auch nicht traurig. Mir persönlich ist es aber irgendwie voll wichtig, weil ich finde, Weihnachten ist so ein schönes Fest irgendwie. Ich hatte dieses Jahr nicht so wirklich viele Verlosungen für euch und ich wollte jetzt auch nicht mehr auf diesen Verlosungshype mitspringen. Deswegen dachte ich einfach, ich mache Fan-Calls. Und das habe ich schon mal angemerkt und ihr habt mir da auf Facebook eure Nummer geschickt, weil ich fand, das war so der beste Weg. Das wird nicht so schnell überlastet. Das Postfach kann man immer wieder aufrufen. Bei Insta-Message wird voll oft immer irgendwas gelöscht bei Direct Messages und Snapchat erst recht. Deswegen habe ich euch gesagt, folgt mir auf jeden Fall auch mal auf meiner Facebook-Seite. Und falls ihr mir da immer noch nicht folgt, dann blende ich euch nochmal hier ein, wie ich da heiße. Und unten der erste Link in der Infobox ist auch meine Facebook-Seite, weil ich werde Fan-Calls auf jeden Fall wiederholen. Ja, also ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir auf Facebook folgt, auf meiner Like-Seite. Ich werde mir jetzt ein paar Nummern raussuchen und die Leute anrufen. Und man sollte vielleicht dazu sagen, dass es gerade, also gerade wo ich das Video filme, ist der 23.12. um 23 Uhr. Also in einer Stunde ist Weihnachten. Und ich werde jetzt einfach mal ein paar Leute anrufen und gucken, ob die noch wach sind. Ihr müsstet ja eigentlich alle frei haben. Ansonsten, oh fuck, ich muss noch meine Nummer unterdrücken. Wie macht man das auf dem iPhone? Datenschutz? No. Ey Leute, dazu muss ich mal kurz eine Sache sagen, ne? Ich bin auf Instagram speziell noch, wenn man so ein bisschen weiter runter scrollt, von Freunden auf Bildern markiert. Und ich habe jetzt heute vorhin meine ganzen Markierungen gelöscht, auf jeden Fall die meisten. Aber manche Freundinnen von mir wurden angeschrieben, von wegen, ja, hi, ich bin der Leon, Sunny und ich haben schon mega lange dazu verabredet, ein Video zu drehen. Jetzt ist mein Handy kaputt gegangen und, ähm, könntest du mir nochmal ihre Nummer schicken? Weil ich hatte die, aber jetzt ist mein Handy halt kaputt. Wie dreist seid ihr eigentlich? Was ist das für eine dreiste Versuchung, äh, meine Nummer zu bekommen? Was freu ist? Aber egal, äh, ich werde jetzt hier auf meine Nachrichten gehen. Wo macht man das auf der App? Hä? Ah, hier. Hier hat mir eine Abonnentin mega, 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 mega viele Nachrichten geschrieben und dann am Ende ihre Nummer. Ich meine, wie merke ich mir denn die jetzt? Also, wenn ich mich jetzt, wenn ich nicht ganz behindert bin und mein Akku rast so runter, rufe ich jetzt die Lissi an. Bitte, dass meine Nummer unterdrückt. Hallo? Mann! Sie hat aufgelegt. Wollte sie irgendwas sagen? Soll ich da nochmal anrufen? Ich rufe da jetzt nochmal an. Larissa? Ja, wer ist da? Rate mal. Oh mein Gott! Sorry, habe ich dich gerade geweckt? Was? Habe ich dich geweckt? Nein! Ich dachte schon. Ich wollte eigentlich nur... Meine Schwestern auch gerade hier. Ach so, hi. Ja, sie ist jetzt gegangen. Ach so, ach so. Ja, ich wollte eigentlich nur, äh, frohe Weihnachten schon mal wünschen. Ja, danke, wünsche ich euch auch. Ja, okay, ich weiß es gerade gar nicht, was ich sagen will. Auf jeden Fall bist du live in dem Video. Ich grüße meine Freunde. Okay, woher kommst du? Ähm, aus der Nähe vom Westen. Ah, krass. Ich wohne ja auch in Berlin. Und, äh, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 13. Also ich bin vor kurzem 13 geworden. Ah, cool. Dann alles Gute nachträglich. Ja, danke. Na dann wünsche ich dir auf jeden Fall... Ja, danke, wünsche ich euch auch. Leute, man muss vielleicht dazu sagen, ne? Ich bin, glaube ich, der schlechteste Telefonierer der Welt. Also meistens überhöre ich es, aber ich bin dann auch richtig so eine Niete im Zurückrufen, weil ich mich so dumm anstelle, wenn es um Telefonieren geht. Und ich glaube, nach diesen Telefonaten denke ich, ich bin eine komplette Behinderung. Oh Gott, ich glaube, ich bin aufgeregter als sie gewesen. Sie hat ja übergechillt. Sie hat ja vor ihr Leben gechillt, man. Ich will das gar nicht mehr weitermachen, weil ich mich so schäme, ne? Ich schäme mich so krass. 11% Akku, Alter. Ich habe auch gar nicht mehr viel Zeit, man. Okay, suchen wir mal die nächste Nummer. Hat sie sich überhaupt gefreut? Boah, ich lese viel zu sehr meine Facebook-Nachrichten. Alter, ihr schreibt mir da ja mega süße Sachen. Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Da sind wir wieder bei meinem Entscheidungsdefizit, man. Okay, eine richtig weirde Nachricht gerade bekommen, okay? Von einer Frau oder einem Mädchen. Sie hat geschrieben, Sonny Loops ging spazieren auf allen Vieren, traf Marcel und ach, schau her, lief er auf allen Vieren nebenher. Immer schneller und Stock und Stein brach die Sonny sich ein Bein. Marcel lauter Angst führte auf einen Zaubertanz. Fortsetzung folgt am Telefon und dann die Nummer. Also, wenn ich da nicht anrufen soll, dann weiß ich auch nicht. Aber sie sieht eigentlich voll hübsch aus. Aber warum schreibt sie mir so was Stranges? Ne, ich rufe da nicht an, ich habe Angst. Hallo. 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 Hi Justin. Hi. Weißt du, wer ich bin? Nein, ich werde um ein Unbekannt anrufen. Ja, dann rate mal, wer könnte ich denn sein? Ja, wer könnte es sein? Keine Ahnung. Du hast mir letztens deine Nummer gegeben auf dem Schulhof. Äh, was? Hä, erinnerst du dich nicht mehr? Bist du blöd? Auf dem Schulhof? Ja. Ich habe kein Mal eine Nummer auf dem Schulhof gegeben. Ja, dein Kumpel. Der Max hat mir die gegeben. Max, 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 weiter. Wernicke. Was für Wernicke? Mann, ich bin Sonny. Hallo. Ne, ne, ne. Nein, als ob. Doch. Hallo. Ich bin nicht im Leben, Sonny, du klein. Doch. Ich bin nicht im Leben, Sonny, du klein. Nein. Bist du gerade alleine? Ja. Ja, hi. Ich wollte eigentlich nur so frohe Weihnachten schon mal vorträglich sagen. Danke, ebenso. Wird es schön. Du bist gerade live im Video. Willst du irgendwen grüßen? Äh, oh mein Gott, nein. Na, top. Ey, was ist das, ey, ey. Na gut, dann noch einen schönen Abend, ja, auf jeden Fall. Ja, danke, schön, ebenso. Okay, Leute, ich habe gerade schon die Abmoderation gemacht gehabt. Und dann dachte ich mir so, nur weil mein scheiß Akku aus ist, höre ich jetzt nicht auf das Video zu drehen, weil das war gerade richtig lustig. Ich glaube, ich verarschte jetzt immer so, dass ich irgendwie von irgendjemandem die Nummer habe. Weil es ist schon relativ lange her, dass ich diesen Post gemacht habe, muss man sagen. Deswegen eine Hinsicht, das habe ich auch extra so gemacht, damit die so geschockt sind, dass ich die anrufe. Wisst ihr, was ich meine? Äh, lasst euch nicht auch nicht verwirren, dass ich gerade so komisch aussehe. Aber ich filme, filme, jetzt mit der Lege. Aber warte, ich kann es mal so machen. Okay, dann rufen wir mal die nächste Person an. Okay, jetzt ruhe ich mal die Anne an. Äh, die hat mir auch eine süße Nacht geschrieben. Mann, aber ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Ich bereite mich zum nächsten wirklich viel besser vor. Ach so. Ich sag einfach, sie hat über mich gelästert. Ja? Anne? Ja? Ja, hier ist Steffi. Ich habe irgendwie gehört, dass du schlecht über mich geredet hast. Welche Steffi? Wir sind doch in einer Klasse. Steffi? In einer Klasse? Ja. Hä, willst du mich gerade verarschen? Bist du mich hier gerade verarschen? Ja. Hallo, hier ist Sunny. Sunny! Sunny! Oh mein Gott, du rufst mich jetzt nicht gerade wirklich an, oder? Ja. Doch, um halb zwölf, wuhu. Du bist jetzt verrückt. Sunny, weißt du, wie ich gerade gezittert habe? Ich habe gerade nur in deinem Video geguckt. Echt? Oh mein Gott, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte eben, weißt du, darfst du mich jemand verarschen? Ja, vor allem. Oder noch private Nummer? Ja. Ja. Oh, voll schön, dass du mich anrufst. Ich dachte immer, ich habe auf Facebook und dann gucke, dachte ich, ach, der hat immer noch nicht gelesen und überall und dann dachte ich so, es passiert dir bestimmt nicht, dass mich mal einen YouTuber anruft. Oh, voll schön, aber mach immer so weiter, Sunny. Oh, dankeschön. Ja, mach es. Du bist echt super, ich gucke immer mit Spaß ein Video von Marcel, seine auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Marcel auch, ne? Ich habe dich lieb, Sunny. Ich dich auch. Mein Herz, wie süß war sie, Mann. Oh Mann, oh mein Gott, ich schwitze so. Ich kann irgendwie so schlecht mit fremden Menschen reden, wirklich. Ich bin immer so, ich weiß nicht, wenn ihr mich manchmal trefft und nach einem Foto fragt, bin ich immer voll schüchtern. Okay, ich rufe jetzt Celine an. Sie hat gesagt, sie kann sich mit mir mega identifizieren, sie hat mir so eine mega lange Nachricht hier geschrieben. Puh, ich muss mich mal hier kurz entspannen, Alter. Ich sag wieder was mit dem Lästern. Ja. Celine, ich habe gehört, dass du über mich gelästert hast. Oh, alles klar. Hä, streitest du jetzt ab, oder was? Ja, sag mir, wer du bist und dann ist gut. Ja, Hannah, aus der Nebenklasse. Hey, welche Hannah? Ja, als ob du nicht weißt, wer ich bist. Ich habe gehört, was du über mich gesagt hast. Wer ich bin... Oh, Alter, dieses Verarschen hört das auch irgendwann. Mal auch. Hi, hier ist Sonny. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott, hast du meine Facebook-Nachricht gelesen? Ja, ich habe sie gerade gelesen. Oh, tut mir leid, dass ich dich so angemacht habe, aber ich wusste nur auf dein Telefon verarscht. Ja, ist doch klar, Herr, ich hatte auch so reagiert. Oh, das tut mir so leid. Oh, ist ja mega cool. Ich freue mich gerade voll, dass mir noch die Posten hier ist. Vor allen Dingen, dass es lustig ist, ich habe auch gerade einfach dein Video gesehen. Ja, das hat mir gerade schon mal jemand gesagt. Das finde ich echt richtig creepy. Ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich nicht gedacht hätte, so viel was passiert. Ey, ohne Spaß, ich mache mich so schwer mit den Anrufen. Ich weiß immer gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin irgendwie selber überaufgeregt immer, wenn ich hier Leute habe. Oh Gott, ich will echt mega gut vorstellen. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Leute, bin ich irgendwie unhöflich? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht. Ich rufe jetzt nur eine Person an. Danach ist es mir irgendwie zu unangenehm. Ich finde es irgendwie groß, dass einer schickt mir seine Nummer und schreibt, hier, ich möchte mit dir reden, weil du so schön bist. Irgendwie, I don't want to call. Oh, die Nummer ist so leicht, ne? Ich merke mir die jetzt und rufe immer an und belästige. Ich habe gehört, dass du bei mich gelästert hast. Wer ist da? Marie. Wer ist Marie? Aus deiner Nebenklasse. Sonny? Ja, scheiße. Du bist der Erste, der es rausgefunden hat. Als ob. Hallo. Hi. Du hattest voll das süße Bild. Ich habe mich jetzt anrufen. Ja doch, dein Profilbild bei Facebook ist so süß. Deswegen musste ich einfach anrufen. Danke. Wie alt bist du? Habe ich dich geweckt? Nee, oder? Nein. Ja, okay. Ich habe mal ein Video von dir geguckt. Echt? Hä? Alle sagen mir das so. Ihr lügt doch alle. Kann ich ein paar Freunde grüßen? Ja, klar. Grüß, wie du willst. Also auf jeden Fall grüße ich meine ganze Klasse, sieben E. Und meine Freunde Vierat, Semmich und Cenk. Okay, liebe Grüße an euch. Hast du eine Marie in der Parallelklasse, Neva? Eine Marie, ja, meiner Klasse. Ach man, also hättest du's... Mann, ich hättest voll gut... Warum hast du's erraten, hä? Ich hab's dann nicht schlimmer erkannt. Tschüss. 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 Oh, ich bin weggedrückt. Hauptsache, ich dachte irgendwie, er wäre neun oder so. Weil wenn ich zum 13-Jährigen sage, er sieht süß aus, fiel er sich vielleicht beleidigt. Oder wisst ihr, was ich meine? Ich beende das Video jetzt. Ich trau mich nicht mehr irgendwie. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich will auf jeden Fall demnächst ein Video-Fanquals machen. Vielleicht überlege ich mir da ein bisschen anderes Konzept. Falls ihr dabei sein wollt, müsst ihr einfach nur meine Facebook-Seite, die ich in der ersten Zeile hier in der Infobox verlinkt habe, einfach liken und mir da eure Nummer schicken. Und dann mir noch schreiben, warum ich euch anrufen soll. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch wirklich ein riesenloses Froh, ein Weihnachtsfest oder einfach nur... Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu... Oh Gott, so sieht das ja noch viel schlimmer aus als sonst.